Sollte klappen. Okay, jetzt muss ich nur noch... Uuuuh, ist das schnell! Rüber zur Statue, Glitch einsetzen, ein Raumschiff holen und dann... Clank auf St. Gasso finden! Ich bin unterwegs, Kumpel! Halt nur noch ein bisschen durch! Hey Süßer! Eins hab ich vorhin vergessen! Ein Spionbot für unsere Freunde vom Widerstand ist in der Fabrik versteckt! Vielleicht kannst du ihn ja holen! Ein Widerstandsspionbot? Klingt nützlich! Könnte ein Blick wert sein! Haltos! EinPodcast! Not alle Richtung. Der probiere Ihre Karteilber? Steuer derzeit auch, mit schwarzes Fluss. Aha, das muss die Zugangskonsole sein. Sich vorzudrängen ist inegal. Wo kommst du überhaupt her? Wir wollen den Rebell totalisieren. Oh, wow. Ich weh, dass du die Reise überlebt hast. Jetzt stirbt. Du bist zu deinem Besten. Auch Munition. Denk mir schon schlechter. Nicht schon wieder. Wenigstens war es eine Rundtour. Echt jetzt? Ich versuche dich möglichst schnell zu vernichten. Kannst nirgendwo hin. So, endlich kann ich Glitch an die Zugangskonsole anschließen. Äh, hi. Du bist wohl Glitch? Ich bin Magic. Entschuldige das Geholpere von vorhin. Es läuft nicht grad besonders gut. Und ich glaube, du bist die Einzige, die mir jetzt helfen kann. Okay. Oh, ich muss eure schlafen. Okay. Wir haben die Schlafen mitgegeben, wenn du siehst. Danke. Oh, oh! Sind hier etwa Viren? Doch da bin ich nicht ausgemildet! Oh, Elektrowaffen, lasst mich jetzt bitte nicht im Stich! Diese Viruskapsel zieht Energievollkampf! Gut, gut. Ich kann jetzt versuchen, den Rest auszuschalten. Hä? Was ist das für eine Kapsel? Äh, hat ein Virus sie erzeugt? Die Sperma kommen aus der Kapsel? Oh, nein, 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 nein! Ich muss sie häschen, bevor ich zahlenmäßig unterlegen bin! Geschafft! Oh, Mann! Wirklich? Wow! Oh, sieht aus, als wäre der Computer wieder online. Mach dich bereit, das Raumschiff zu kapern, Ratchet! Du hast es geschafft, Glitch! Willkommen zurück, eure hochmajestätische Majestät! Und los geht's! Todesweil, Cambrons, fünf Planetenzerstörungskanonen und ein Überwachungssystem für die gesamte Stadt! Würde nur dieser blöde Dimensionator noch funktionieren! Plank! Plank, hä? Psst! Schnappt ihn! Los! Ich komme, Clank! Nein, 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 nein! Willkommen, oh Meister von uns allen! Passwort, bitte! Und zu ein Passwort, ich bin der Imperator, ich kann mich auch einfach vernichten! Hahaha! Ha, 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 ha! Ah! 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 Bringt mir diesen Lombard! Ich bin der Dimensionator! Ich bin der Dimensionator! Ich bin der Dimensionator! Wundersamerweise ein Lombax ist und die Lager retten! Und Heimreisen! Haha! Du musst mich echt für selten dämlich halten! Pass auf, ich glaube ja, dass es diesen Doktor Nefarius gibt, aber das hier ist eindeutig das Werk des Imperators! Hilfe! Hilfe! Angegriffen! Jemand! Mord? Was ist los? Oh! Oh je! Gut festhalten! Oh! Pass auf! Was glaubst du, was ich mache? Oh! Oh! Aber wohin bringst du mich? Eigentlich in mein Versteck! Aber zuerst muss ich meine Freunde in ihrer Gelatoniumfabrik retten! Hup! Hup! .. Gonnaen gh�! Auf! Auf! Oh! Hup! Mhen człowie Mh! Hup! Oh mein Gott! Ich war lange nicht mehr so weit draußen. Jede Menge Sumpfsäure zwischen hier und der Gelatoniumfabrik der Mords. Diese Käfer scheinen kein Problem mit dem sauren Sumpfwasser zu haben. Flitzkäfer, ja. Darum werde ich einen reiten, sobald ich nah genug herankomme. Ratchet, hörst du mich? Oh je, mein Kommunikator muss kaputt sein. Natürlich. Bestimmt sind die Mords in ihrer Gelatoniumfabrik. Ich muss irgendwie durch den Sumpf. Gehen wir ein bisschen Spaß. Ja, ja, was hat das? Nadelwesten! Nadelwesten! Sorry, aber das ist schlecht fürs Geschäft. Letztes Mal sah mein Konto aber anders aus. Oh, das liegt daran, dass ich unseren gemeinsamen Freund in Nefario City hinzugefügt habe. Okay. Oh nein! Das Teil ist auch so heiß! Und ich bin ein bisschen zu verbringen, an dem du deinen Geld damit in Formschnittsspringler verwurzelst. Spahne einen Gefechtstürm, der deine Feinde in hilflose, trinnbare Hecken verwandelt. Legenden erzählen von einer Waffe mit einer Energie, die so mächtig ist, dass sie Feinde mit einem einzigen Tastendruck vernichtet. Und sie heißt... der... Megatron-Beschleuniger! Durchschieße mehrere Gegner auf einmal oder schränke den Beschleuniger durch die Menge, die Energie, das Böse zu vernichten. Wie hoch denn deine Haut? Bis dann mal! Komm mit Miss Zorkon ins Geschäft! Na, das wird einen gehörigen Wunsch haben! Mehr Power ist immer eine gute Sache! Hey, Swayzie! Wo will der Schlitzkäfer hin? Offenbar geht eine Art Dimensionsverzerrung von dieser Höhle aus. Und der letzte Flitzkäfer flitzt in dieses Spalz. Okay, Cleverbot, wo sind wir hier? Ich, ähm, eine Dimensionsfalte? Vielleicht noch eine Folge der Zerstörung des Dimensionators? Wie kommst du auf solche Ideen? Hey, das ist Maynard, der Mordhelferbot! Muss irgendwie durch den Spalt hereingekommen sein. Da ist der Flitzkäfer! Nein, nein, nicht verstecken! Na, Hallöchen! Verwischt! Oh, je! Sieh! 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 Die Schönen, ich spreche! Sieh! Sieh! Vielleicht führt Maynard nicht zu den Mords. Wenn wir jetzt bitte weg von dieser Säure könnten? Auf geht's, Maynard! Finden wir die Mords! Verzeihung! Vorsicht! Schon gut, schon gut. Siehst du, manchmal stoße ich auch nicht wogegen. Stopp! Stopp, stopp, stopp! Da ist die Gelatoniumfabrik. Ich komme, Mords. Wir haben diesen Longwachs und seinen Roboter nicht durch Dimensionen verfolgt, damit uns ein paar Fellknäuel aufhalten. Du hast circa neuneinhalb Sekunden, uns zu verraten, wo sie sind. Eins. Eins? Aha, einen kleinen Moment mal. Siehst du, sie suchen nach Ratchet. Ich sage die Wahrheit. Wie du meinst, Boltz, ich rette jetzt meine Freunde. Nein! Hey, ich weiß, wo ihr einen Lombax findet. Zur Info, sie ist eine Kämpferin. Wo kommen diese Tottel bloß her? Vielleicht wurden sie ebenfalls durch den Dimensionswirbel gesogen. Wo gehen sie? Ich sage die Wahrheit. Siehst du, siehst du hier? Wie geht's denn? Siehst du, siehst du, siehst du, siehst du? Was? Ich denke, siehst du? Ah! 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 Das war's, hört nie auf! Mord! Gut, ihr seid okay. Wir? Oh, als wir hörten, die Kerle suchen einen Lombax, hatten wir Angst um dich. Und schwupps bist du hier und rettest uns den Hintern. Warte, wo sind die anderen? Tja, ein paar der Mords stecken in diesem Zeug da fest. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur, dass es größer wird. Ah, und dazu noch unser neuer Nachbar da oben. Mir läuft es nicht grad gut. Keine Sorge, ich erledige das. Oh, und als kleiner Auftrag, während ich weg bin? Das hab ich von Zorkis. Jetzt kann Mord endlich ihr Schiff fertig reparieren. Zorkis? Oh, diese Piraten haben dir doch keinen Ärger gemacht. Äh, nur ein bisschen. Du kannst es Mord selbst geben, sobald du sie aus diesem lila Zeug davon rausholst. Oh, sieh mal, wer da ist! Nächster Halt, Versteck. Ich muss nur irgendwie die Brücke runterlassen. Łag! Bist du ein noch Mob helleschön auf dem Bach! So stolz ins K格k variiert! Jashleger Hallo! Bist du ihn? Bist du Bist du ein? Das ist ein bisschen stark. Der Spaß! Hör! 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 Keine Dichter mehr in Ralfbein. Danke fürs Aufpassen. Ich komme schon hinüber. Wenn du unser System vergessen hast, du musst erst auf die Druckschlösser treten, um dranzukommen. Von hier kannst du sie leider nicht absenken. Ständig war ein Flitzkäfer an der Kurbel. Warum haben wir sie verraten? Sag nicht, mein Handschuhe-Dingster kann mit diesem Spalt-Dingster interagieren. Dein Spaltstrahler, ja. Zieh doch mal auf den Spalt. Du hast mal die Spalt. Oh! Ja! 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 Oh! Ah! Hm. Sieben, Sieben! Du hälst dich für tafft? Wir können fliegen, Kumpel! Die Wörter ist jetzt spannend! Hättest du bloß eine Düsenpackfunktion, Boltz? Die hab ich auch. Okay, und jetzt die Brücke runterlassen. Mach mir keine Sorgen um dein Versteck. Alles ist so, wie du es verlassen hast. Wenn du hier die Noten des Buchstags schlägst, dann soll nicht so einen Aufstand machen. Komm schon, Brücke! Echt jetzt? Es muss noch einen anderen Weg rüber geben. Vielleicht bereue ich den Vorschlag, aber was ist mit dem Flitzkick? Was soll damit sein? Und los! Fast geschafft! Und wieder steht ein Grundtor im Weg. Und schon bereue ich es. Ihr haut auf, Brücke! Komm schon! Wir wissen beide, wie das hier ausgeht, Großer. Oh! 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 Und jetzt zu meinem letzten Gegner, den Mords-Druckschlössern. Da! Dann finden wir mal die Wahrheit über dich heraus. Hm... Könnte ich nur mit Ratchet reden? Home sweet home! Wieso willst du mir nicht vertrauen? Hör zu! Ich hab's nicht so mit Robotern. Vor allem nicht, wenn sie meine Galaxie zerstören. Das tue ich nicht. Ich wollte Ratchet nur helfen, die anderen Lombaxe zu finden. Wir erfahren die Wahrheit früh genug. Sobald ich dich und den Infobot aus Nefarious City scanne. Ich hab's nicht so mitgekommen. Guck mal. Ich hab's nicht verloren. Ich hab's nicht verloren. Ich hab's nicht verloren.